Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Es war ein großes Sportereignis, das doch überschattet wurde von einem tragischen Todesfall beim Hamburg Marathon. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es wahrscheinlich gelesen oder gehört, ist Ende April ein 25-jähriger Läufer kollabiert und dann leider auch verstorben. Jetzt weiß man nicht genau, ob der junge Mann vorerkrankt war oder nicht, aber es stellen sich natürlich viele Fragen. Auch diese, ist der Marathon, ist das überhaupt gesund? Wer kann da mitlaufen? Wie fit muss man sein? Und wie steht es eigentlich um die eigene, ganz persönliche Cardio-Fitness, die Herzgesundheit? Das ist unser Thema heute in der Digitalen Sprechstunde und ich freue mich auf meinen Gast. Tilman Dörken ist da. Er ist ärztlicher Leiter der Kardiologie am Asklepios Kampnagel Facharztzentrum. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Frau Seifert, dass ich hier sein darf. Wir sprechen über die Herzgesundheit. Ich habe es schon gesagt, treiben Sie selbst auch viel Sport? Ja. Ist so gut es geht. Soweit der Job es zulässt. Soweit es zulässt, als Vorbild muss ich schon was tun, aber ich tue es, weil es mir Freude macht. Ja, das ist glaube ich auch ganz wichtig. Marathon, ich habe das ja schon in der Anmoderation gesagt, laufen viele mit. Es gibt andere große Ereignisse in Hamburg, wir berichten immer drüber, Cyclassics, Triathlon, Ironman und viele sagen ja, ach Mensch, da mache ich mal mit. Aber wie fit muss ich eigentlich sein? Zunächst vorweg, ich habe mit großer Bestürzung auch gehört von dem jungen Mann, der vom Damptor reanimationspflichtig wurde. Das ist ein sehr seltener Zwischenfall, wenn wir uns die Bilanz des Hamburg-Marathons mal isoliert angucken. Zum Glück. Ja. Und wir haben den ganzen Winter über eigentlich Menschen gecheckt und untersucht, die gesagt haben, ich möchte den Hamburg-Marathon laufen. Ja. Oder auch später den Berlin-Marathon oder einen Triathlon. Und wir gucken zusammen, ob diese doch für uns Menschen sehr große Belastung machbar ist. Ja. Gibt es dort Risikofaktoren? Steckst du das gut weg? Oder müssen wir vielleicht sogar abraten, was wir ungern nicht tun, aber was durchaus mal vorkommt. Was sind denn die Risikofaktoren? Es sind natürlich Vorerkrankungen vermutlich. Welche sind da typischerweise dabei? Also ganz gefährlich ist, wenn wir uns ein Ziel setzen, zum Beispiel den Marathon unter, sagen wir, vier Stunden laufen wollen und dann unseren monatelang ausgefeilten Trainingsplan versuchen umzusetzen, obwohl wir vielleicht im Winter eine Erkältung hatten. Ja. Ja. Das ist sehr gefährlich. Dort ist es sehr wichtig, wirklich Pause zu machen. Ich selber erinnere noch aus Jahren des Studiums, dass es immer wieder Menschen gab, die gesagt haben, nächste Woche ist doch der Marathon. Ich habe eine Wette gemacht, ich laufe mit. Ja. Auf keinen Fall. Egal, ob man 25 ist oder 45. Also das Alter spielt gar nicht so eine Rolle. Man kann es durchstehen, aber es ist wirklich, es ist weder gesund noch verhindert ist, dass wir wirklich Komplikationen dadurch bekommen. Ja. Also die berühmten Wetten mit einem leichten Bierbauch oder schaffe ich bitte nicht. Davon ist definitiv abzuhalten. Davon ist abzuhalten. Aber welche Vorbereitungszeit empfiehlt sich denn? Ja, man sollte vielleicht, wenn man dieses Ziel hat und es mit Freude und Leidenschaft macht, einige Monate vorher sagen, ich spreche mal mit meinem Arzt und gucke mal, kann ich mir das eigentlich zumuten? Ja. Spricht was dagegen? Und wie lege ich denn eigentlich los? Und wir schauen dann, wenn die Menschen zu uns kommen und gucken, hast du zum Beispiel in der Familie Erkrankung, hast du junge Eltern mit einem Herzinfarkt, mit einem Schlaganfall? Also gibt es eine Art genetischer Disposition, wie es bei den Medizinern sagt? Genau, ja. Zum Beispiel eine genetische Disposition für eine Fettstoffwechselstörung mit einem sehr hohen Cholesterin, was schon in jüngeren Jahren und damit meine ich Mitte 30, Mitte 40, Anfang 50 zu Veränderung der Gefäße führt. Und man weiß davon selbst vielleicht gar nichts und merkt es auch gar nicht. Wir sind jung, wir laufen, wir haben keine Beschwerden, aber die Gefäßwand verändert sich schon und unter dieser Maximalbelastung zum Beispiel eines Marathonlaufs können wir dann plötzlich Folgen spüren, die wir nicht spüren wollen. Deswegen vorher schauen. Im Grunde sind es immer die gleichen Risikofaktoren. Das hohe Cholesterin, der ungebremste Nikotinkonsum, der Diabetes, den ja manche mitbringen. Großer Risikofaktor für unsere Gefäße. Ja, und es ist vielleicht auch nicht so förderlich, wenn wir schon beruflich, privat unter großem Stress stehen und sagen, jetzt abends um sieben, wenn ich mein Büro verlasse, meinen Arbeitsplatz, jetzt muss ich noch meine zwölf Kilometer heute am Dienstag laufen. Und dann noch in Topzeit natürlich, womöglich. Häufig wird auf Zeit gelaufen mit großem Ehrgeiz und das geht dann über eine, sagen wir mal, fröhliche, gesundheitsfördernde, mit Begeisterung betriebene Vorbereitung auf den Marathon hinaus. Das ist Ehrgeiz und der zu Recht, ja, manche haben ja großen Spaß dran, aber nicht neben einer sowieso schon 40, 50 Stunden Woche, die manche von uns haben, dann noch ein übergroßes Trainingspensum absolvieren. Also da ist es vielleicht tatsächlich gesünder, zweimal in der Woche fünf Kilometer zu laufen, mit Freude, oder? Das ist in der Tat gesünder. Ja. Manche Menschen sagen, ich laufe einen Halbmarathon, das genügt mir. Ja. Ja, und das völlig zu Recht. Wir haben eine ganz interessante Studie von 2017, die gezeigt hat, dass Menschen, die regelmäßig Marathon laufen, mehr Verkalkung an den Herzkranzgefäßen zeigen, als Nicht-Marathonläufer. Ja. Warum das so ist, wissen wir noch nicht, aber möglicherweise ist es doch die hohe Belastung, ja, wiederholter Marathon. Möglicherweise ist es Teil einer ganzheitlich zu sehenden Persönlichkeit, die überall neigt, an Grenzen zu gehen, oder in mehreren Bereichen. Zu viel zu wollen, oder sehr viel zu wollen, zumindest. Wir wissen es nicht. Also die Vorstellung, ich laufe regelmäßig Marathon und tue etwas für meine Gesundheit, da wäre ich zurückhaltend und vorsichtig. Ja. Ja. Wir alle haben vielleicht den Herrn Frodeno vor Augen, der den Hawaii-Marathon wie eine Maschine läuft. Das sind absolute Ausnahmefälle, ja, die hochtrainiert und bestens kontrolliert ihren Sport betreiben. Was ist denn tatsächlich gut fürs Herz, wenn wir drauf gucken? Also der Dauermarathon ist es nicht, sicherlich. Aber was ist denn, welcher Sport ist tatsächlich gut für unser Herz und für uns? Das kommt ja sehr drauf an, wo wir stehen, ja. Wenn wir 20 sind, haben keine Risikofaktoren und möchten loslegen, ist das anders, als wenn wir sagen, ich bin jetzt 50. Mein Arbeitskollege hatte neulich einen Infarkt. Ja. Herr Dürken, ich mache mir Sorgen, können Sie mal gucken, ist da schon was, ja. Und da müssen wir ganz anders natürlich erstmal schauen. Ja. Gibt es Risikofaktoren, wie erwähnt, ist der 50-Jährige schon gefährdet und wie beginnt er mit dem Sport? Was empfehlen Sie dann bei einem 50-Jährigen, der sagt, ich will jetzt mal anfangen, weil die Einschläge kommen näher, das ist ja so, es ist ja noch nicht zu spät, was zu tun. Aber wie beginnt man dann? Mit lockerem Intervalltraining, Fragezeichen, was macht man? Ja, je nach Ausgang, ganz klein, ja. Ich habe immer Franz Beckenbauer im Ohr, der gesagt hat, geht's raus, Jungs, spielt. Ja, und das sagen Sie auch dem Patienten, ja. Ich sage dem Patienten, geht's raus, zieht eure Laufschuhe an, mehr braucht ihr nicht. Geht zügig zwei Minuten zum Park, um den Block, zum Wald, dann trabt ein bisschen, ja, wenn ich den Eindruck habe, das können seine Gelenke aushalten. Ja. Denkt nicht, ihr müsst eine halbe Stunde um die Alster sprinten. Nein. Einfach zehn Minuten bewegen, leicht ins Atmen kommen, mal gucken, wie es geht und immer noch sich so belasten, dass ich durch die Nase atmen kann. Ja, wir sagen dann zu merken, laufen bis zum Schnaufen. Laufen, das ist auch ganz schön, ja. Oder, dass ich, wenn ich zu zweit laufe, was sich ja oft empfiehlt, weil wir uns gegenseitig auch bei schlechtem Wetter machen. Ich weiß, ich mache das mit meinem Lieblingskollegen auch, wir motivieren uns dann, man kommt dann eh. Ach nee, heute nicht, du. Ja, aber wir haben doch gesagt und du weißt, hinterher geht es besser. Und dann wird es wieder eine Woche nicht, genau. Und dann motivieren wir uns gegenseitig und wir können uns auch unterhalten, aber sollten eben noch einfache Hauptsätze sprechen können. Ja, wenn wir darüber hinaus schneller laufen und fangen an zu hecheln, das ist schon viel zu viel. Also wir sagen und empfehlen, komm langsam rein, fang an, mach den ersten Schritt. Und wenn du zweieinhalb Stunden die Woche schaffst, zum Beispiel an fünf Tagen 30 Minuten jeweils dich leicht ins Atmen zu bringen, den Herzschlag leicht höher zu fahren, ja, durch die Belastung, dann tust du das Beste für deine Herzgesundheit. Okay. Und man bräuchte auch nicht unbedingt einen Tag Pause, nicht zwangsläufig. Man könnte auch an fünf Tagen aufeinander folgend leichtes Training absolvieren. Für dieses Grundlagenausdauertraining, ja, ist das möglich. Eine ganz beliebte Antwort ist dann, ja, ich schaffe das nicht. Ich komme abends um sieben nach ins Auto, fahre eine halbe Stunde nach Hause und dann geht nichts mehr oder dann wartet die Familie. Es gibt eine sehr schöne Studie, die nennt sich die Weekend Warrior Studie. Sie können also, Frau Seifert, wenn Sie es gar nicht schaffen, Sie können am Wochenende zweieinhalb Stunden nachdenken. Auch die hat in der Tat eine Evidenz gezeigt für Ihre Herzgesundheit, ja, also eine Wirksamkeit. Das ist das Beruhigende. Wenn man es in der Woche nicht schafft, man kann es, während man Schlaf nicht nachholen kann, kann man den Sport schon nachholen am Wochenende dann offensichtlich. So ist es. Was ist denn dran, dass Schwimmen besonders gut ist fürs Herz? All diese Sportarten, die die Grundlagenausdauer fördern, wenn wir sie zu Beginn ruhig betreiben, wie Schwimmen, wie Laufen, wie Walken, ob mit oder ohne Stöcke. Ja, Stöcke sind nicht jedermanns Sache. Wird ein bisschen uncool. Vielleicht. Ist ein bisschen uncool. Vielleicht müsste man die anders designen. Fahrradfahren oder Skaten war lange ja auch ganz beliebt. All diese Sportarten fördern die Herzgesundheit und man kann sie eigentlich ohne große Hilfsmittel machen. Und wenn man gar nicht der Typ ist oder dem es unangenehm ist, weil man ein bisschen Übergewicht hat, weil man nie so sportaffin war, dann fährt man vielleicht mit dem Fahrrad zur Arbeit. Genau. Und tritt auch mal ruhig ein bisschen schneller, aber immer so, dass man nicht völlig verschwitzt ankommt und nicht völlig aus der Puste gerät. Oder man steigt, wenn der Weg zu weit ist, steigt eine Station vorher aus, geht zu Fuß. Das sind so ganz einfache Ratschläge, unserem Herz immer wieder zu sagen, ich denke an dich, ich bringe dich jetzt ein bisschen in Bewegung. Ja, und es freut das Herz, es arbeitet ökonomischer und wenn man das regelmäßig macht, vermindert sich der Herzschlag, die Herzleistung verbessert sich. Ja, und wir haben auf vielen Ebenen, werden wir spüren, dass wir leistungsfähiger sind, belastungsfähiger und dass wir Freude daran empfinden. Wenn wir jetzt nicht dem Ratschlag gefolgt sind und uns vorher nochmal haben durchchecken lassen, bevor wir vielleicht nach längerer Pause wieder mit dem Sport beginnen, woran merke ich dann selbst, es ist zu viel? Das sind Warnsignale. Wenn ich einfach nicht mehr sprechen kann oder Seitenstechen habe dauernd? Dass wir nicht mehr sprechen können, dann hast du einfach zu viel gepacet. Ja, dann war es einfach zu schnell. Unsere Red Flags, die absoluten No-Go sind, wenn du spürst, dass in deiner Brust bei Belastung etwas schmerzt, wenn etwas drückt hinter dem Brustbein, wenn es vielleicht zieht in den linken Arm oder wenn es den Hals hinauf zieht. Oder auch zwischen den Schulterblättern oder im Unterkiefer. Ein belastungsabhängiger, also beim Training, bei körperlicher Anstrengung auftretender Schmerz, der ist ein absolutes Warnzeichen. Dann bitte sofort zum Doc, nicht in fünf Monaten. Und nicht morgen oder übermorgen. Und das tritt beim Training auf oder auch danach womöglich? Nein, schon während der Belastung. Der typische Fall ist bei der Belastung. Das muss gar nicht beim Sport sein. Das können auch schon, ich gehe jetzt mal den vierten Stock zum Büro zu Fuß und habe im dritten Stock plötzlich immer so ein enge Gefühl in der Brust. Oder es kann beim Sport passieren und dort bitte ganz schnell klären, könnte das schon auf eine Durchblutungsstörung am Herz hindeuten, ist da irgendein Problem? Und dann nicht mehr über diese Belastung gehen, die mir Schmerzen bereitet. Wir haben oft Menschen, die wegen Schmerzen zwischen den Schulterblättern erstmal zum Orthopäden gehen. Genau, der ist Rückenschmerz. Oder die wegen Unterkieferschmerzen zum Zahnarzt gehen. Vorsicht, alles was bei Belastung auftritt, nicht in Ruhe auf dem Sofa, sondern bei Belastung, bei Anstrengung, das ist potenziell erstmal abklärungsbedürftig. Das ist gut. Sie haben das schon ein bisschen angedeutet. Was hat unser Herz eigentlich zu tun, wenn wir uns anstrengen? Was passiert da mit unserem Herzen? Na, es braucht mehr Benzin. Das ist ein ganz schönes Bild. Ja, das ist genau. Es schlägt schneller. Es muss ja unsere Muskeln mit Treibstoff, also mit Blut, mit Sauerstoff versorgen. Es schlägt schneller. Es hat eine größere Auswurfleistung pro Schlag im Idealfall. Und um dieser Belastung gewachsen zu sein, müssen wir es trainieren. Und da fangen wir, wie vorhin besprochen, mit kleinen Schritten an und können dann später auch mal hochintensive Phasen einbauen. Ja, wo wir wirklich an die Grenze unserer Leistungsfähigkeit für einen kurzen Moment gehen. Aber das ist alles ein Schritt weiter. Und das kann man sich gerne beraten lassen von Ärzten, von Sportkardiologen oder auch von guten Personal Coaches, die eine gute Ausbildung haben. Ja, um so einen Trainingsplan zu machen, Schritt für Schritt hin zu höherer Belastung. Und dadurch lernt das Herz immer ökonomischer zu arbeiten und uns gut mit Sauerstoff und Blut zu versorgen. Und wann ist das Herz dann in Topform, wenn man so einen Trainingsplan verfolgt? Und das ist wahrscheinlich sehr individuell dann wieder. Aber was ist so eine Zeit, wo man sagt, das braucht es schon, bis das Herz dann gelernt hat, sehr ökonomisch zu funktionieren? Wenn wir bei Null anfangen, sagen wir mal, wir haben bis Mitte 40 uns gekümmert, Familie, Haus, Beruf. Die Rush Hour des Lebens. So das Hamsterrad und sagen, da gibt es ein schönes Beispiel, ein Journalist, der mit Mitte 40 dann zusammenbrach mit einem diabetischen Koma, der nie auf seine Gesundheit geachtet hat. Und er hat gegessen, getrunken, gelebt, auch Sport gemacht, aber übertrieben, falsch, nicht regelmäßig. Und der hat ein sehr schönes Buch geschrieben, wie er seinen Weg geändert hat und gesagt hat, ich gucke jetzt auf mein Herz- und Körpergesundheit und empfiehle den Lesern, an die er es adressiert, sagt, bevor ihr loslegt, guckt erstmal, wo steht ihr und warum möchtet ihr überhaupt etwas tun? Weil Herr Dörgen sagt oder Frau Seifer, du musst dort Sport machen. Das bringt auch nichts, das muss intrinsisch sein wahrscheinlich und nicht von den anderen. Genau, die Motivation muss aus uns kommen und wir müssen sagen, ich möchte das, weil. Und das ist gar nicht so einfach, weil es ist anstrengend, sich dafür zu entscheiden, zu planen, wie mache ich es und besonders, und das meine ich mit anstrengend, nachhaltig dabei zu bleiben. Genau, das ist ja die größte Anstrengung. Im Mai bei vier Grad und Regen in Hamburg morgens vor die Tür zu gehen und zu sagen, ich mache jetzt meine 20 Minuten um Block. Und da kann es sehr helfen, wenn man sagt, ich weiß, wofür ich das tue. Der Autor von diesem Buch hat gesagt, ich möchte meinen Sohn aufwachsen sehen, er möchte Eishockey-Profi werden, ich möchte mit ihm noch möglichst lange Pucks wechseln können. Oder der Fußballer sagt, ich möchte mit meinem Sohn noch Bälle spielen können. Das können ganz unterschiedliche Motivationen sein. Es können auch einfach die Motivationen sein, ich möchte meine Wohnung im dritten Stock so lange wie möglich gehen können. Ja, richtig, erreichen können, ja. Und manche haben schon große Mühe und schnaufen und müssen im zweiten Stock Pause machen. Also überlegt euch, was ist mein Ziel, was möchte ich erreichen? Und dann kann man schauen, wo fangen wir an. Ja. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel schon eine Herzschwäche habe, wir haben auch mehrere Folgen ja hier schon gemacht zum Thema Vorhofflimmern. Ist dann Sport ratsam? Ist Bewegung dann trotzdem gut? Und wenn ja, in welcher Form? Ich sage mal in jedem Fall. Wir haben früher gesagt, oh Vorsicht, Vorsicht, gerade der Patient mit Herzschwäche, nicht bewegen, ganz vorsichtig. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Für jede Erkrankung, wissen wir heute, ist einer der Hauptfaktoren für Gesundung oder für Besserung die Bewegung, die körperliche Aktivität. Und da müssen wir bei jedem schauen, welche Erkrankung liegt vor. Die Herzklappenenge, die Stenose, da sind wir anders, beraten wir anders als zum Beispiel beim Vorhofflimmern oder bei einer Herzschwäche, die durch eine Corona-Herzkrankheit nach einem Infarkt aufgetreten ist. Jeder profitiert von Bewegung. Genau, man muss dann nur die Form beraten mit dem... Man muss sehr gut die Form beraten, ja. Das machen wir in der Kardiologie sehr gerne, dazu Bewegung zu motivieren, weil wir wissen, neben den Medikamenten und den Lebensstiloptimierung, über Ernährung, über soziale Kontakte, solche Dinge, ist die Bewegung ganz, ganz wichtig. Und die Patienten profitieren. Nur in einem Maß, das sie eben nicht überfordert. Genau. Das wäre noch die Frage nach den häufigsten Fehlern, die gemacht werden. Wir haben das schon ein bisschen angedeutet, nämlich dieses zu schnell, zu viel wollen ist wahrscheinlich der Hauptfehler, nehme ich an, wenn Sie auch mit Patienten sprechen. Und Sie sagten auch schon, diese nicht auskurierten Infekte spielen auch eine Rolle. Das sagt man ja auch Kindern immer, wartet erstmal gesund werden und dann wieder zum Fußballtraining. Das ist schon wichtig, auch als Erwachsener natürlich. Das ist extrem wichtig. Wir wissen nicht genau, warum manche Patienten, die wir alle kennen durch die Berichte in den Medien in letzter Zeit beim Sport vielleicht verunglückt sind. Alle vor Augen haben sicher den Dänen-Eriksen beim Länderspiel, bei dem großen Turnier. Wahrscheinlich war es eine Myokarditis, also eine Herzmuskelentzündung. Wir wissen es nicht, ist auch zu Recht geschützt natürlich. Aber wir wissen in der Kardiologie, dass ein sehr häufiger Grund ist, Menschen möchten, Profis zum Beispiel, ihren Stammplatz nicht verlieren. Sie trainieren, obwohl sie ein Schnupfen, eine Erkältung haben. Vielleicht sogar mit einem leichten Fieber. Bitte nicht. Bitte nicht. Zwei Tage mindestens Pause. Jeder, der heute trainiert, der eine Ausbildung hat, der sich mit beschäftigt, weiß das. Manche nicht. Und je jünger wir sind und je besser wir trainiert sind, merken wir manchmal gar nicht, dass wir doch so einen leichten Infekt haben. Also bitte guckt in euch rein, schaut, könnte ich eine leichte Infektion haben, mache ich zwei Tage Pause. Aufs Herz hören. Und auf den Körper. Aufs Herz hören. Ist überhaupt mal gut, das wieder zu tun. Ja, das ist sowieso grundsätzlich. In jeder Beziehung. Ein weiterer wichtiger Punkt ist vielleicht, wenn ich mit 85 Kilo bei einer Größe von 1,70 sage, ich tue jetzt was. Dann würde ich nicht sofort loslaufen mit meinen Schuhen, die seit fünf Jahren im Schrank stehen. Ah, ja. Dann passiert sowas Blödes wie eine Überlastung des Gelenkes zum Beispiel, weil es gar nicht mehr gewohnt ist, dieses Gewicht zu tragen, wenn wir laufen. Darum bei solchen Ausgangsfaktoren auch klein anfangen, erst mal gehen. Vielleicht ist Laufen gar nicht bei deinem Gewicht erst mal der richtige Sport. Geh schwimmen, geh Fahrrad fahren. Dann aber vielleicht auch die richtige Kleidung ist nicht das Wichtigste oder das richtige Schuhwerk. Auch da nochmal zu gucken, kann man ja auch viel falsch machen. Es gibt sehr gute Laufanalysen hier bei uns in der Stadt, im Sanitätshaus, in guten Sportgeschäften. Schauen, dass wir für unsere Gelenke ein adäquates Schuhwerk haben. Und das Geld würde ich auch nicht sparen. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was aber natürlich absolut in Mode ist, das sind diese Fitness Watches, Smart Watches, die natürlich auch ganz viel tracken, die natürlich die Schritte zählen und den Puls messen. Und manche schreiben ja sogar schon ein EKG. Was sagen Sie als Kardiologe? Ist das Fluch oder ist das Segen? So eine Fitnessuhr. Zunächst noch beides. Ja. Sehr diplomatisch. Ja, man möchte ja keinen Hersteller vor Kopf stoßen. Nein, es ist toll, welche Entwicklung die Gadgets genommen haben. Ja, wir Kardiologen haben mit großem Interesse zur Kenntnis genommen, dass die Apple Watch ab Modell 4, diesen Namen muss ich jetzt einfach mal nennen, weil die sehr früh damit angefangen hat und in einer großen Studie gezeigt hat, wir können erkennen zu 80 Prozent korrekt ein Vorhof flimmern von der und der Dauer. Und es sind ja dann auch Patienten zum Arzt gegangen, darauf hin, die vielleicht sonst das gar nicht gespürt hätten, gemerkt hätten. Ja, wir haben sehr viele Patienten, die auch, wenn wir den Verdacht haben, zum Beispiel nach einer Schlaganfall-Symptomatik ohne Grund, da könnte ein Vorhof flimmern hinter stecken, die mir und uns dann diese Auszüge ihres EKG schicken und wir gucken, na Mensch, könnte ein Vorhof flimmern sein. Und dann empfiehlt es sich zum Beispiel eine bestimmte medikamentöse Therapie, um den Menschen zu schützen. Also da können diese Gadgets schon viel leisten. Man muss gucken, dass nicht eine Uhr für 18 Euro das verspricht und gar nicht halten kann. Man muss schon schauen auf die Qualität, aber in der Erkennung durch ein Ein-Kanal-EKG, ob eine Rhythmusstörung gefährlich ist oder nicht, kann die sehr helfen. Nicht nur von Apple, inzwischen auch von anderen Herstellern, um das mal zu sagen. Und wir haben sehr viele Menschen, die ängstlich sind, die Angst haben und spüren einen Extraschlag in der Brust, eine Extrasystole, die eigentlich ganz harmlos ist. Aber wir können es beweisen, wenn dann mit der Uhr zum Beispiel ein Auszug geschickt wird. Und dafür brauchen wir gar nicht mehr ein 24-Stunden-Langzeit-EKG, sondern wir können durchaus schon etwas erkennen durch so ein Wearable. Also durchaus hilfreich. Das ist durchaus hilfreich. Ich würde noch warnen davor, mich auf den Blutdruck zu verlassen. Das können diese Geräte noch nicht so gut. Ja, manche haben das ja auch im Portfolio, aber ja. Die Zielgruppe ist groß, der Bedarf ist sicher hoch. Wir wollen nicht immer unser Gerät mitschleppen, aufpumpen, messen. Und sehr viele Menschen haben ja, je älter sie werden, doch erhöhten Blutdruck. Aber wir Mediziner sind noch zurückhaltend. Die Messungen sind noch ungenau. Wenn wir vergleichen mit einem zertifizierten Gerät, das wird in den nächsten Jahren unter Umständen besser und besser werden. Aber ich glaube, die Geräte haben auch noch eine ganz wichtige andere Funktion. Manche, das merke ich, motivieren zum Sporttreiben. Ja, okay. Es gibt Menschen, die gehen raus und gucken den Blumen beim Wachsen zu und laufen los. Das reicht und finde ich auch sehr schön. Und es gibt andere, die in die Sprechstunde kommen mit Tabellen über ihre gelaufenen Schritte. Ja gut, das ist persönlichkeitsabhängig. Das ist sehr persönlichkeitsabhängig. Und man soll das überhaupt nicht bewerten. Jeder, der Spaß daran findet, etwas zu tun, was es ihm erleichtert, Sport und körperliche Aktivität umzusetzen, hat recht. Ich habe früher gedacht, der Ring, der sich abends geschlossen haben muss, wenn man die Schritte gegangen ist, die man gehen soll, das kennen Sie sicher, der würde mich nur bedrücken oder den Stress vergrößern. Nö, macht Spaß, guck. Und manchmal führt es dazu, dass wir abends nochmal eine Runde um den Block gehen, weil wir noch nicht die 5000 Schritte gegangen sind. Das ist übrigens ganz wichtig für alle, die denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es heißt immer 10.000 Schritte. Stimmt nicht. Nein. Es reichen inzwischen, wunderbare Studien, die vielen gefallen wird, es reichen auch etwas mehr als 4000 Schritte, um schwere Ereignisse wie Herzinfarkt und Komplikationen zu vermeiden und länger zu leben. Und das können wir alle schaffen. Ja, ich glaube, die Botschaft ist wunderbar. Also Bewegung hilft so oder so und mit Spaß natürlich noch mehr. Sich nicht überfordern, das ist ganz wichtig. Und natürlich am besten einen so tollen Kardiologen aussuchen wie Herrn Dörken. Warum sind Sie eigentlich Kardiologe geworden, Internist-Kardiologe? Was war da der, die Motivation? Oh, da muss ich ja auch schon ein bisschen zurückdenken. Ich weiß nicht, Medizin ist spannend. Und wenn man den Beruf macht, gibt es viele Fachrichtungen, die begeistern können. Und ich selber bin, und das bis heute, neugierig auf Menschen, auf ihre unterschiedlichen Motivationen, auf die Dinge, die sie umtreibt. Ein neugieriger Menschenforscher. Darum bin ich Internist geworden und habe den Schwerpunkt Kardiologie dann in meiner Weiterbildung gemacht, weil wir in der Kardiologie, wir können sehr viel tun heutzutage. Wir können Herzen reparieren. Wir können sie sogar ersetzen. Wir können Gefäße wieder öffnen nach dem Herzinfarkt. Das heißt, wir können ganz tolle Dinge tun. Aber neben dieser Blaulicht und Intensiv- und Kardiologie-Medizin im Krankenhaus war mir immer klar, das ist nicht alles. Der kardiologische Patient, der hat vielleicht noch ein anderes Problem. Warum raucht er? Was hat er für soziale Kontakte? Hat er liebevolle Partnerschaften? Ob zu einem Menschen in seinem religiösen Glauben, oder zu seinem Haustier. All dieses ist für seine Herzgesundheit von Vorteil. Und die Kardiologie bietet da so viel von reiner Organmedizin bis hin zur ganzheitlichen psychotherapeutischen Medizin. Und deswegen ist ein Fach, das mir immer noch große Freude macht. Bis heute. Das spürt man. Vielen Dank, dass Sie da waren und so wunderbar aufgeklärt haben. Wir nehmen mit, dass wir mehr aufs Herz hören. Das hilft auf jeden Fall. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Und vielleicht hören Sie es, wenn Sie um den Block gehen. Das wäre ja schön. Ein paar Schritte machen. Es müssten gar nicht 10.000 sein. Ich danke Ihnen ganz herzlich und hören Sie gerne wieder rein. Vielen Dank. Danke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de Vielen Dank.